Hallo alle zusammen! Vor zwei Wochen habe ich ja so ein Sachvideo gemacht zur Entstehungsgeschichte unserer Hymne und zu unserer Flagge. Es ist nicht das erste Mal, dass ich was zu deutscher Geschichte mache und auch nicht zum ersten Mal was zum Thema Nationalsymbole, Nationalismus, Patriotismus und so weiter gesagt habe. Ich habe mich allerdings nie selber als Patriot bezeichnet und ich habe schon mal in einem Stream, als es schon mal ums Thema Patriotismus ging, zwar mich ausdrücklich für mehr Patriotismus in Deutschland ausgesprochen, habe aber, wie mir im Nachhinein auffiel, die Frage verpasst, als was ich mich hier selber betrachte. Ich wurde gefragt, ob ich mich in erster Linie als Bayer, als Deutscher oder als Europäer betrachten würde und ich konnte die Frage nicht beantworten, weil das für mich einfach eine Frage des jeweiligen Themas ist, als was ich mich fühle. Soll heißen, wenn es jetzt um globale Angelegenheiten und Probleme geht oder um internationale Angelegenheiten, dann empfinde ich mich eher als Weltmensch oder als Europäer, weil die Sache einfach dann auf nationaler Ebene nicht zu lösen ist. Dazu gehört das Thema Klima, dazu gehört auch das Thema Umwelt im globalen Sinne. Dazu gehören wirtschaftliche Angelegenheiten auch, nicht nur, aber auch, weil Deutschland ist ein Top-Wirtschaftsland. Bloß habe ich den Eindruck, dass wir gelegentlich übersehen, dass unsere Konkurrenten auch gleichzeitig unsere Kunden sind und deswegen war es auch jetzt nicht ein Akt der großen Barmherzigkeit, als Deutschland damals, zum Missfall in der Blödzeitung, den Griechen damals einen Haufen Geld gegeben hat. Das geschah natürlich auch mit dem Wissen, dass die südeuropäischen Länder Handelspartner von uns sind. Man kann diese Politik trotzdem kritisieren, weil man muss leider sagen, Griechenland ist ein Fass ohne Boden. Die haben so viele Schlupflöcher, wie sie Steuern entgehen können, dass es wirklich eine schwierige Sache ist, denen irgendwie mit dem Geld, den man gegeben hat, da ihnen einen Gefallen zu tun. Aber das ist jetzt eine ganz andere Angelegenheit. Machen wir es kurz. Ich stehe nicht morgens auf und sage, ich bin Deutscher oder ich bin Europäer oder ich bin Bayer oder sonst irgendwas. Es ist einfach für mich immer eine Frage der jeweiligen Thematik und Situation. Ich habe nicht ohne Grund einen Kanalbanner gemacht, wo die weiß-blaue Flagge, die schwarz-rot-golde Fahne oder die Europa-Fahne nebeneinander sind. Genauso wie das Zeichen für Humanismus und auch das für Primaten, damit will ich die Zugehörigkeit des Menschen zum Tierreich betonen. Diese Symbole stehen hier nicht ohne Grund. Mit diesen Symbolen will ich ausdrücken, dass ich hier überall eine Zugehörigkeit fühle und auf diese Zugehörigkeit auch ausdrücklich hinweise. Es kommt halt immer aufs Thema dann an, was jetzt gerade Vorrang hat. Bei regionalen Angelegenheiten kann ich ganz bayerisch sein. Bei nationalen Angelegenheiten kann ich mich da sehr gut auch als Deutscher fühlen und bei globalen Angelegenheiten bin ich eben international. Und ich glaube, das ist dann auch der hauptsächliche Grund, warum ich mich selber nicht als Patriot bezeichne, weil dafür ist mir dann das Internationale dann schon wieder zu wichtig. Kommen wir aber jetzt zum Thema Patriotismus selber. Ich bin zwar nicht der Typ, der morgens aufschüttet und sich dann als Hoho, ich bin Deutscher oder so empfindet. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendjemand so empfindet. Der sagt, er ist stolz darauf, Deutscher zu sein. Aber ich erinnere mich tatsächlich daran, wirklich als Deutscher gefühlt habe ich mich intensiv zuletzt, als ich mal London einen Besuch abgestattet habe. Denn da war dann plötzlich die Situation da, dass ich mit meinen Eigenschaften, mit meiner Mentalität und mit meinem Auftreten mich grundsätzlich vom Umfeld plötzlich unterschieden habe. Dieser Kontrast war es plötzlich, aufgrund dessen mir bewusst wurde, wie deutsch ich eigentlich geprägt bin. Weil in London hingen dann überall Plakate von der Queen rum. Das war natürlich erwartbar, war aber trotzdem für mich ungewohnt. Und außerdem hatte gefühlt jede zweite Straße in London irgendeinen Royal-Namen. Und sei es auch nur Royal Oak und so weiter. Dann war da noch die Tatsache mit anderen Kleinigkeiten, wie dass gewisse Sachen anders aussehen, zum Beispiel die englischen Steckdosen. Und dann natürlich auch das britische Essen und... Nö, 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 nö. Ich verbitte mir jetzt jede Klischees über die englische Küche. Diese Klischees würde ich so nicht unterschreiben. Ich finde die englische Küche oder die britische Küche nicht schlecht. Aber ich finde sie unkreativ. Weil Fish and Chips sind nicht scheußlich. Und Rührei mit Bohnen auch nicht. Bloß habe ich mich gefragt, wo ist hier die große kulinarische Kunst? Zumal es tatsächlich britische Lokale gab, die Rühreier mit Speck und mit Bohnen auf ihrer Karte hatten. Und das Zeug kostet mehr als das Essen beim Italiener. Weswegen ich dann auch in London regelmäßig entweder zum Italiener oder zum Chinesen zum Essen gegangen bin. Eben diese Unterschiede, dieser Kontrast, der da auf einmal da war, das war das, wo ich gesagt habe, okay, da siehst du mal, wie deutsch du bist. Wenn ich jetzt dagegen mich hier in Deutschland aufhalte, ist dieser Kontrast nicht gegeben. Und ich denke nicht daran, dass ich ein Deutscher bin oder dass ich irgendwie typisch deutsch bin oder eben nicht. Solche Sachen kommen mir nicht in den Sinn. Ich denke daran über ganz andere Sachen nach. Mich beschäftigen dann viele Fragen mehr, als welche Nationalität ich habe. Was ich aber an Deutschland lobend hervorheben kann, Und da schließt sich jetzt der Kreis zum Thema Patriotismus. Was mich sehr beeindruckt, einmal ist, dass Deutschland in seiner Geschichte förmig ein Stehaufmännchen ist. Dass Deutschland sich immer wieder neu erfinden musste. Es gab ganz verschiedene Staaten auf deutschem Boden im Laufe der Geschichte und es gab immer wieder einen Zusammenbruch und einen Neubeginn. Und der beeindruckendste davon ist natürlich der nach der Stunde Null am 8. Mai 1945. Das ist der beeindruckendste Neubeginn, den die Deutschen in ihrer Geschichte je vollbracht haben. Klar hat Deutschland das nicht ohne fremde Hilfe gemacht. Das ist auch einer der großen Verdienste, für die man den Siegermächten dankbar sein darf. Sodass man nicht noch einmal wie 1919 den Fehler gemacht hat, in Versailles einen Knebelvertrag aufzusetzen, sondern dass man gesagt hat, so wie Harry Truman es ausgedrückt hat, Die beste Möglichkeit, einen Feind zu besiegen, ist es, ihn sich zum Freund zu machen. Ganz uneigennützig geschah das natürlich nicht. Der sich anbahnende Kalte Krieg hat natürlich die Entscheidung schmackhafter gemacht, Westdeutschland als zusätzlichen Verbündeten im Kampf gegen die Russen haben zu wollen. Aber es hätte auch anders kommen können. Und Deutschland hat schon Bestand gehabt als heiliges römisches Reich deutscher Nationen, und zwar über 800 Jahre lang. Dieser Staat mag zwar nie ein wirklich einheitlicher Staat gewesen sein, zumal es keine Erdmonarchie, sondern eine Wahlmonarchie war, und der Kaiser oder der König, der dann vom Papst zum Kaiser gemacht werden konnte, sehr abhängig von den jeweiligen Landesfürsten und deren Votum war. Dieser Staat mag zwar nicht wirklich von den anderen Staaten drumherum als Staat empfunden worden sein, aber diese relativ lose Verbundenheit und die Tatsache, dass schon damals die Fürsten eigentlich mehr Macht hatten als der Kaiser, nicht umsonst konnte zum Beispiel der Sachsen-Kurfürst Friedrich der Weise Martin Luther vor dem Kaiser auf der Bad Burg verstecken. Das konnte er bloß, weil die Fürsten im Vergleich zum Kaiser so viel Macht hatten. Darin wurzelt zum Beispiel der deutsche Föderalismus. Und noch heute ist es so, dass im Grundgesetz in den Artikeln 30 und 70 steht, Gesetze sind in erster Linie Ländersache. Es gibt Gesetze, die sind ausschließlich Bundessache. Dafür gibt es eine Liste, auch im Grundgesetz. Und dann gibt es Sachen, die sind konkurrierende Gesetze gemacht. Das wird dann ganz unterschiedlich geregelt, aber das führt jetzt zu weit. Auch das deutsche Kaiserreich war ein föderalistischer Staat. Es gab schon damals einen Reichsrat, der im Grunde dasselbe ist wie der Bundesrat heute. Und natürlich gab es das, denn die deutschen Fürsten wären nicht bereit gewesen, einen Kaiser, einen Preußenkönig als Kaiser über sich zu tolerieren, wenn sie nicht was mitzureden gehabt hätten. Dieses Konzept des Föderalismus hat auch die Weimarer Republik übernommen. Das einzige Mal, in dem Deutschland kein föderalistischer, sondern ein absolut zentralistischer Staat war, der von einem einzigen Gottkönig gleichen Herrscher regiert wurde. Das waren diese tausend Jahre zwischen 1933 und 1945. Was für ein Haufen Scheiße. Und diese Fähigkeit Deutschlands, sich immer wieder neu zu erfinden, immer wieder aufzustehen, egal was gerade eben passiert ist, das ist etwas, was mich an der deutschen Geschichte beeindruckt. Auch wenn ich diesbezüglich über die Formulierung einer Margaret Thatcher leicht schmunzeln kann. Margaret Thatcher hat, als es um die Wiedervereinigung ging, der ja die Siegermächte zustimmen mussten, es mal so formuliert, man darf den Deutschen nicht trauen. Zweimal haben wir sie besiegt und jetzt sind sie schon wieder da. Ja, Margaret Thatcher war ja immer schon eine sympathische Frau. Nichtsdestotrotz, es stimmt schon, Deutschland ist auch heute wieder Top-Wirtschaftsmacht. Made in Germany ist immer noch ein Anzeichen für gute Qualität von Waren und Produkten. Für Technologie. Das war schon im Deutschen Kaiserreich so, dass eine der Sachen, die das Deutsche Kaiserreich wirklich gut gemacht hat, ist, sie haben die Wissenschaften gefordert, sie haben die Technik gefordert. Deutschland ist, als das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, aufgestiegen zu einer der Top-Wirtschaftsmächte und Industriestandorte. Made in Germany wurde damals schon zum Gütesiegel. Und ein Drittel aller Nobelpreise, die ab 1901 bis 1933 verliehen wurden, gingen im Bereich der Wissenschaften an deutsche Forscher, wie Max Planck, Albert Einstein, Robert Koch, Fritz Haber oder Wilhelm Konrad Röntgen. Leider hat das Deutsche Kaiserreich allerdings zum Schluss hinaus dann immer 90% des gesamten Staatshaushalts für allein Waffen verbraten, für Rüstung und da waren sie keine Ausnahme und naja gut, das Ende vom Lied kennen wir ja. Was für ein Haufen Scheiße. Ich persönlich finde es schade, wenn das Deutsche Kaiserreich schwarz gemalt wird. Zum Beispiel habe ich als mehrere Reichsbürger damals vor dem Reichstag standen, das war kurz vor diesem sogenannten Sturm auf den Reichstag, da wurde dann in einer Doku gesagt, ja sie schwenken die Kaiserreichsfahne, das ist ein Anzeichen dafür, dass sie nicht hinter der Demokratie stehen. Gut, das stimmt im Falle der Reichsbürger auch, aber dann wurde noch dazu gesagt, sie schwenken die Fahne eines Staates, in dem das Volk unterdrückt wurde und nicht viel zu sagen hatte. Natürlich war das Deutsche Kaiserreich nicht so liberal wie eine Demokratie dann später, aber das Wahlrecht zum Beispiel im Deutschen Kaiserreich entsprach durchaus den Standards der damaligen Zeit. Ein allgemeines Männerwahlrecht ab 25, das war damals normal. Das Deutsche Kaiserreich war nicht rückständiger als viele andere Monarchien der damaligen Zeit. Also man sollte jetzt das Kaiserreich nicht schwarz malen, zumal es der erste moderne Nationalstaat der deutschen Geschichte war. Und es gibt so einige Parallelen zwischen der Bismarck'schen Reichsverfassung, der Weimarer Verfassung und unserem heutigen Grundgesetz. Es gibt grundlegende Strukturen, die heute immer noch gleich oder ähnlich sind. Dass Reichsbürger die Kaiserreichsflagge schwenken, sollte sich selbst erklären, die wollen ja unbedingt ein deutsches Reich wieder zurückhaben, beziehungsweise sie glauben ja, dass das Deutsche Reich immer noch fortbesteht. Natürlich schwenken die Kaiserreichsflagge und andere schwenken sie, weil sie die Hakenkreuzfahne nicht verwenden dürfen. Es wird aber keinen Sinn ergeben, ihnen diese Flagge auch noch zu verbieten. Dann machen die halt irgendwas anderes. Wir können nicht jede historische Flagge jetzt verbieten, bloß weil Reichsbürger sie schwenken. Und wo wir gerade beim Thema Rechtsextremismus und Neonazis sind, da kommen wir doch gleich zum Thema Schuldkult zu guter Letzt. Der deutsche Schuldkult. Ich muss sagen, er fällt mir eigentlich bloß auf in manchen Fernsehdokumentationen, in besonders hitzigen Diskussionen, die im Fernsehen oder auch in Zeitungen sind. Weil da kann man wirklich drauf warten. Wenn irgendeine Diskussion besonders lautstark und hitzig wird, dann kannst du drauf warten. Dann kannst du an den Fingern abzählen, wann endlich der erste Nazi-Vergleich kommt. Nazi-Vergleiche oder irgendwelche Schuldgefühle machen wegen Nazis früher oder so etwas. So etwas kommt, finde ich, oft in politischen Debatten vor. Ja, aber es kommt, finde ich, nicht vor, wenn wir zum Beispiel in der Schule, im Geschichtsunterricht Geschichte besprechen, weil das Thema Drittes Reich zum Beispiel, das kommt gerade mal in der 9. und der 10. Klasse davor. Davor lernt man alles andere. Man fängt mit der Steinzeit ein und geht dann halt bis zur Wiedervereinigung. Weil das war ja das angebliche Ende der Menschheitsgeschichte, wie da mal ein Historiker behauptet hat. Wahnsinnig komisch! Und für die Höckes und deren Speichellecker. Entschuldige mal, dass Schulklassen-KZs im Geschichtsunterricht besuchen, hat nichts mit Schuldkult zu tun. Das gehört zur Geschichte dazu. Wir besuchen ja auch schließlich Museen für andere Sachen. Es gibt in München das Deutsche Museum, in dem ich schon das oft war. Und da gibt es so viele Ausstellungsstücke, die mit Nazis überhaupt nichts zu tun haben aus der deutschen Geschichte. Und es gibt in jeder Stadt irgendwelche Museen, die überhaupt nichts mit der NS-Zeit zu tun haben. Da kann man doch im Geschichtsunterricht auch mal ein KZ besuchen. Das gehört dazu. Genauso wie die Stolpersteine, die es in jeder Stadt gibt, die nun mal daran erinnern, dass hier etwas vorgefallen ist, was der Abgrund jeder menschlichen Zivilisation war. Die NS-Ideologie und die Verbrechen, zu denen sie geführt haben, stellen nun mal der absolute Widerspruch, der absolute Zusammenbruch all dessen dar, was wir je Kultur genannt haben. Und es ist, finde ich, nicht zu viel verlangt, für sowas Stolpersteine und Mahnmale aufzustellen. Es gibt auch Mahnmale, die an andere Sachen erinnern, abgesehen von Kriegermahnmalen. In Bamberg zum Beispiel haben sie eine Hexenprozessverfolgungswelle, die im 17. Jahrhundert stattfand und der circa 1000 Menschen in ein paar Jahren nur zum Opfer fielen, auch ein Mahnmal gesetzt. Solange niemandem eingeredet wird, Schuld dafür zu sein, was früher mal passiert ist, ist das alles in Ordnung. Und wenn sich jemand Patriot nennt, wenn jemand sagt, ich freue mich über unsere Kultur, oder er sei sogar stolz drauf, dann sollte er auch in der Lage sein, diese Seiten unserer Geschichte auch zu ertragen. Man kann ja nicht einfach sagen, wir wollen jetzt eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad und wir wollen uns jetzt nur noch an das erinnern, was wir schön finden und uns dann unsere eigene Märchenwelt zusammenspinnen, sondern es gehört nun mal dazu, all das zu beleuchten, was passiert ist. Das gehört auch bei historischen Persönlichkeiten und Ikonen, die wir so haben, dass wir auch Sachen von denen sehen, die jetzt nicht so tolle waren. Und ich finde es großartig, dass die Deutschen kein Problem damit haben, zu sagen, dass Luther ein wahnsinniger Antisemit war, dass Kant auch antisemitische Positionen vertrat, mitunter auch rassistische Positionen. Blödsinnig ist es bloß dann, das Kant-Mahnmal zu beschmieren oder Kant verbieten zu wollen, weil Kant hat so viele andere Sachen gesagt, die wegweisend und wichtig waren für die deutsche Kulturgeschichte. Luther hat mit seiner Reformation ebenfalls wichtigen Beitrag geleistet. Durch die Reformation waren Katholiken und Protestanten, waren die Christen gezwungen, irgendwann einander zu akzeptieren und damit zu leben, dass sie Unterschiede haben, die sie nicht beseitigen können und die sie tolerieren müssen. Außerdem hat Luther mit seiner Verdolmetschung der Bibel, mit seiner Bibelübersetzung, die er in Umgangssprache geschrieben hat, den Grundstein für das gelegt, was wir heute Hochdeutsch nennen, denn Hochdeutsch gab es zu dieser Zeit noch gar nicht. Luther musste erst einmal eine Kunstsprache erfinden, die wirklich überall, unabhängig vom Dialekt und unabhängig von Region verstanden wird. Und ich finde es auch gut, wenn wir zum Beispiel bei Bismarck sagen, okay, also an dem orientieren wir uns zwar jetzt politisch nicht mehr, aber Bismarck, danke, dass du den deutschen Staat hergestellt hast. Und es wäre sinnvoller gewesen, hätte man in Bezug auf das europäische Gleichgewicht, auf das Bismarck durchaus Wert legte, hätte man nach Bismarcks Tod darauf mehr geachtet, was man leider nicht getan hat. Dass man natürlich dann auch beleuchtet, dass Bismarck Jagd auf seinen politischen Gegner, die Katholiken und die Sozialdemokraten gemacht hat. Das wird jederzeit von uns beleuchtet und ich glaube, so kritisch, wie wir uns mit einem Luther, einem Kant, einem Bismarck oder anderen historischen Persönlichkeiten auseinandergesetzt haben, das würden die Franzosen und die Briten mit ihren Nationalhelden nicht machen. Die Franzosen verehren einen Napoleon, eine Chandarck oder einen Ludwig XIV. immer noch als Nationalhelden, obwohl sie mit dem Absolutismus, einem des Ludwigs des XIV. natürlich nichts zu tun haben und sie auch natürlich nicht mehr Feldherrn sein wollen, wie Napoleon. Aber es ist okay, dass sie diesen Leuten Denkmäler setzen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn zum Beispiel die Araber ihr Mohammed ein Denkmal setzen. Das Schlimme ist bloß, dass halt in den arabischen Ländern die Moralvorstellungen von Mohammed und aus der Scharia immer noch aktuell sind. Das ist das große Elend in diesen Staaten. Würden sie stattdessen ihrem Mohammed ein Denkmal setzen, würden sie ihn als Staatsgründer oder Religionsbegründer so ehren, hätten wir überhaupt kein Problem. Denn so machen das zum Beispiel die Mongolen mit ihrem Genghis Khan. Die Mongolei ist ein moderner Verfassungsstaat, die haben eine Verfassung gemacht, die sich an der französischen Verfassung und am deutschen Grundgesetz orientiert. Die sind eine moderne Demokratie, auch wenn die Mehrheit der Mongolen nach wie vor traditionsgemäß in der Steppe lebt. Trotzdem ist bei denen Genghis Khan der große Held. Denn Genghis Khan war derjenige, der die Mongolei vereint hat. Er hat es natürlich mit Eroberungsfeld, Zügen und Kriegen getan. Und er hat halb Europa und auch den Nahen Osten terrorisiert und die Chinesen dafür überfallen. Aber das ist ja etwas, wovon sich die Mongolei heute glücklicherweise getrennt hat. Von daher sage ich, ja, die Deutschen haben ein Problem mit Patriotismus leider immer noch. Womit ich aber ein Problem hätte, ist, wenn dieser Patriotismus den Blick zu sehr auf die nationalen Angelegenheiten verengt. Und das ist besonders halt bei der AfD sehr gut zu beobachten. Die jedes Mal, wenn irgendein internationales Abkommen geschlossen wird, aufgeschrien hat, dass damit nationale Interessen verraten werden und so weiter und so fort. Man kann über den Inhalt von internationalen Abkommen immer trefflich streiten, aber es ist vollkommen klar, dass wir internationale Abkommen brauchen und dabei können wir nicht immer bloß auf unseren Vorteil pochen. Das ist halt mal ein Wechselspiel. Mal gibt man mal nach, mal gibt der anderen nach. Mal macht man einen Kompromiss. Aber ansonsten sollte unser deutsches Geschichts- und Kulturverständnis nicht unbedingt von Leuten wie Jäger und Sammler, Tarek Tesfow oder aber auch N24-Dokus abhängen. Der deutsche Schuldkult ist, soweit ich das beobachten kann, meistens in Diskussionen anwesend, wo dann der Verweis auf die deutsche Schuld und auf den Nationalsozialismus einfach bloß als Argumentationsattrappe, wenn einem die Argumente ausgegangen sind. zurückgeht. Aber ansonsten, finde ich, haben die Deutschen, wenn sie sich reflektiert und auch selbstkritisch mit ihren eigenen Vorbildern auseinandersetzen, sogar anderen Staaten was voraus. Dass das Dritte Reich immer wieder präsent ist, das versteht sich von selbst. Das ist nun mal eine Story, die ist ja gerade eben erst geschehen. Es gibt immer noch Augenzeugen dafür. Das ist jetzt nicht ein Ereignis, wo man sagt, das liegt Jahrhunderte zurück. Deswegen kann ich auch wunderbar damit leben, dass das Thema immer mal wieder auftaucht. Bloß halt bitteschön nicht in irgendwelchen Debatten, wo da eine Nazikeule einfach bloß eine Argumentationsattrappe ist. Zu guter Letzt für dieses Video, weil der 8. Mai auch wieder näher rückt, will ich nur zur Frage, ob das ein Feiertag sein sollte. Die Frage wird ja auch jedes Jahr immer wieder neu aufgestellt. Ganz klar Nein sagen. Dass der 8. Mai von manchen, besonders von linken Politikern, als Tag der Befreiung und als Feiertag favorisiert wird, das erklärt sich von selbst, weil es waren nun mal Sozialdemokraten und Sozialisten, die zu den hauptsächlich Verfolgten der Nazis gehörten, neben den Juden. Dass die das, dass die heutigen linken Parteien, das dann gerne als Feiertag sehen würden und als Tag der Befreiung, das ist daher selbsterklärend. Nur, wenn wir den 8. Mai zum Tag der Befreiung erklären, dann machen wir hier einen ganz spezifischen Blickwinkel zum generellen Standpunkt. Man vergisst aber ganz, dass nach Kriegsende erst einmal auch ein Haufen Deutsche aus ihren Heimatstädten vertrieben wurden. Man vergisst auch dabei, dass viele Deutsche danach so erleichtert sie auch vielleicht waren, dass der Krieg vorbei ist. Klar waren sie erleichtert. Es gab auch schon damals im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten Partys zwischen den Ruinen. Aber man vergisst ganz die Ungewissheit und die Angst, die damals auch viele hatten über die Frage, wie es denn jetzt nun weitergehen soll. Die Feinde stehen im Land, Deutschland ist besiegt und wir wissen nicht, was machen die Sieger jetzt mit uns. Wenn wir jetzt den Tag, den 8. Mai zum Tag der Befreiung erklären, vergessen wir diese ganzen Sachen und fixieren uns bloß auf die Perspektive von ein paar wenigen. Deswegen würde es dem Datum des 8. Mai seine Bedeutungsschwere als Stunde Null nehmen, würden wir das jetzt zum Feiertag erklären. Der 8. Mai ist ein Tag des Totalzusammenbruchs und des anschließenden Neubeginns. Daher trifft es der Name Stunde Null viel schöner als Tag der Befreiung. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen.